Wir sind jetzt aus dem Bus ausgestiegen und hier ist auch eine Karte. Nur wissen wir nicht genau, wo wir sind, weil hier drei rote Pfeile sind an unterschiedlichen Orten. Hier, da, da. Aber hier steht Gott sei Dank auf Englisch, dass wir hier richtig sind, dass der Chelesnika River hier langfließend auf der rechten Seite des Flusses zwei Mineralquellen zu finden sind. Jetzt ist nur die Sache, dass wir auf keinen Fall hoch in die Berge gehen dürfen, sondern nach unten. Steht hier. Steht hier.